Manfred klebte einen Brief zu, der dringend auf die Post musste. Er schloss seinen Schreibtisch ab und ging. Unten gab er Herrn Schulz in der Portierloge den Büroschlüssel. Herr Schulz rief »Gute Nacht«. Der Tag war zu Ende. Lenig ließ den Wagen auf dem Parkplatz stehen und ging eben zu Fuß zum Bahnhof, wo er den Brief einstecken wollte. Auf dem Weg sagte er sich noch einmal, dass er sich am Bahnhof bestimmt nicht aufhalten wollte, dass er sich auch gewiss nicht verleiten lassen würde, dort das Pissoir aufzusuchen. Zehn Minuten später stand er zwischen den anderen Männern vor der gekachelten Wand. Hinter ihnen war der Wärter damit beschäftigt, den Boden zu wischen. Er tat, als sähe er die Männer nicht. Die Männer taten, als existiere der Wärter nicht. Zaunwerk Szenen aus dem Gesträuch von Felix Rexhausen